Übung des Tages 4 Heute benötigt ihr ein Handtuch und euren Partner. Das Handtuch klemmt ihr bitte zwischen den Zehen ein, die Übung rautet, wer schafft es, zehnmal eurem Partner das Handtuch wegziehen. 1-1 2-1 2-2 3-2 So, das macht ihr so lange, bis einer von euch zehn Punkte hat. Das Spiel kann man auch zwischendurch spielen mit euren Eltern oder Geschwistern. Habt Spaß, euer Löwen Corona Camp Team. 3-2 3-2